Ich habe noch keinen Controller kaputt gemacht, weil ich dafür Geld bezahle. Dann kann ich das Geld auch nehmen und aus dem Fenster schmeißen. Boah, ich glaube ein 1,5 so. Also ein PS4-Controller, ein anderer ist so halb kaputt. Mit dem kann man noch spielen, aber will man eigentlich nicht. Das sollte man, glaube ich, nicht beantworten. Insgesamt in meinem ganzen Leben noch gar 15. Gar kein. Boah, 10 oder so. Dieses Jahr war schlimm. 10? Ja, insgesamt. AU. 60. 59. 49. 55.